Kapitel 1 Haunted Hills Vor ihnen stieg das Gelände an. Im Schein des vollen Mondes schimmerten die Hänge der Haunted Hills in einem düsteren Blau, das unheimlich und bedrohlich wirkte. Noch gespenstischer waren die Silhouetten der alten Burg, die sich auf dem Hügel erhob. Unzerstörbar erscheinendes Mauerwerk mit von Zinnen gegrünten Türmen. Schwarze Öffnungen gähnten in den mächtigen Steinquadern. Am Himmel darüber prangte das feiste Mondgesicht, vor dem sich ein fahler Schleier spannte. Die dünnen Wolkenschlieren sahen aus wie Spinnweben, die ein Monster an den Himmel gewoben hatte. Das Rattern eines Sturmgewehrs folgte Lukas, als er einem Zaun entlanglief, der einen verwilderten Friedhof säumte. Düster erhoben sich Grabsteine zwischen Gestrüpp und vereinzelt raken knorrige Tannen auf, deren Wipfel sich im Wind wiegten. Die Feuersalbe übertönte jedes andere Geräusch, von denen zu dieser Nachtstunde ohnehin nicht allzu viele zu hören waren. Nur das Rasseln seiner eigenen stoßweisen Atemzüge kam Lukas übermäßig laut vor. Sie wetteiferten mit dem aufgeregten Pochen seines Herzens, das ihm bis in den Hals hinauf schlug. Eine Geschossgabe pflügte den Grund um. Lukas zog den Kopf ein, weil Erdschollen aufspritzten. Sand und Gestein prasselten auf ihn ein. Mit einem raschen Blick über die Schulter vergewisserte er sich, dass die anderen hinter ihm waren. Sein Freund Felix und Lena folgten dicht auf, die Waffen im Anschlag. Jedoch ohne klar erkennbares Ziel, auf das sie anlegen konnten. Der muskulöse Felix, alias Bone Soldier, war in einem schwarzen Ganzkörperanzug mit darauf abgebildeten Knochen gehüllt, die sein gesamtes Skelett zeigten. Ein knochiger, weißer Schädel mit leeren Augenhüllen bildete seinen Kopf. Lena hingegen trug einen langen schwarzen Ledermantel mit weißen Ornamenten, der ihr bis zu den Stiefeln hinunterreichte und ihre drahtige Gestalt verhüllte. Über ihrer Lederweste hing ein Patronengurt und unter dem Cowboyhut wallte ein Wasserfall langer roter Haare. Sie sah scharf aus, fand Lukas, was er ihr aber natürlich nicht auf die Nase gebunden hätte. Er war Teamführer der kleinen Gruppe, da ziemte sich das nicht.